Musik Am letzten Mittwoch gegen 3.30 Uhr geriet das Gebäude des Bad Bibraer-Biebertal-Centers in der Lauchauer Straße in Brand. Ausgehend von einem Papiercontainer hinter dem Einkaufszentrum breitete sich das Feuer über das Dach auf alle Geschäfts- und Büroräume aus. Ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Supermarkt konnten die Feuerwehren aus Bad Bibra und etlicher umliegender Ortschaften verhindern. Bis in den Vormittag hinein waren 80 Feuerwehrleute aus sieben Wehren mit 16 Fahrzeugen, unter anderem zwei Drehleitern im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Der Schaden beträgt voraussichtlich mehrere hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Gefahren für die Bewohner umliegender Grundstücke bestand nicht. Musik Musik